Like a Hellcat Moin Leute, willkommen bei diesem weiteren Video Und heute machen wir mal eine Reaction, die wir noch nie auf meinem Kanal hatten Ich hoffe, ihr euch gefällt so ein Format Und wir machen heute diese Reaction Lucky vs. Unlucky Ich möchte gar nicht lange labern, lasst ein Like und ein Abo da Macht die Glocke aktiv, wenn ihr nichts verpassen wollt Und wir starten schon ins Video Los geht's Okay, erstmal wieder mit einem Baller Direktion Auto Oh nein Das ist mir mal mit meinem Hoverboard passiert Das ist mir mal mit meinem Hoverboard passiert Oh mein Gott Das ist mir mal mit meinem Hoverboard Warum springt der nicht raus? Nein Der baut noch Ja genau Ja genau das ist mir mit dem Hoverboard noch passiert Oh Karma ist fuck Karma ist fuck Das muss ich mal was sagen, das ist einfach nur Karma Du bringst einen mit dem Hoverboard Du bringst einen mit dem Lucky Hoverboard schon um Und dann auch noch mit so einer Steinschusspistole Und dann wirst du so mit Karma bestraft Junge Oh mein Gott Heilige Makaroni Hä? Davon habe ich schon ganz viele Clips gesehen Ha, persönlich selber hatte ich das noch nie Und los Ich weiß was jetzt passiert Wird denn der wieder runtergeschossen oder fällt runter Oh mein Gott Was für ein Glück war Das ist mir wirklich auch mal passiert Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist mir mit dem passiert? Junge Oh mein Gott Schreibt mal auch Schreibt mal auch in den Kommentaren Wenn euch einer von diesem Clips selber auch mal passiert ist Das war einfach nur dumm Gleich kann er nicht mehr Was? Oh mein Gott Ach, der Backdown Raunschkehrt Ich dachte, die Labe errichtet Oh mein Gott Junge Nee, nee, eins, eins, eins Ja, Stretch Nein, kann ich nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr auch diesen Fortis kennet Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist mir mal mit dem Baum passiert Das ist so eklig Ja Ja, der fliegt jetzt hinten aus der Zone Was? Das ist nicht unlucky Der hat sich einfach nur übelst die Ehre genommen Du hast das, komm mal Die Lava Ja 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 Okay Oh Das muss ich mal was sagen Mit dieser Lava Ja Ich mach einmal kurz Pause Mit dieser Lava da Das war übelst krank Ich hatte nämlich die Modus A gespielt Hatte in der Runde auch keinen epischen Sieg leider geschafft Ich fahre so runter Baue eine Pyramide Weil äh Auf diesen Drohnen sind ja diese Ventilatoren Ich geh da drauf Und baue eine Ah und fall dann Hinn Und drück dann einfach irgendwelche Tasten ab Außer sehen Die Pyramide gebaut und war unter der Pyramide Statt auf Und da bin ich die ganze Zeit so Bam, 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 bam Äh wie jetzt wenn du äh Instant äh Laberschaden hättest Ich war eine Sekunde darunter direkt tot Das war einfach nur krass das ist so unlucky schau mal in den kommentaren ob ihr eins von diesen Lama backblinkt habt wenn er jetzt stirbt so kam er na so kam er wenn er jetzt stirbt den Clip habe ich jetzt nicht geschickt oh mein Gott Paul im Achter wurde runter geschossen deswegen ok man hat auch Ressourcen und kann die ganze Zeit drücken aber wenn man das passiert liegt dann ist am meisten ist man dann runter geschossen worden er kann jetzt gleich nimmer bauen und deswegen kletter runter im letzten Moment gestorben oh mein Gott ok die vorne logik man bekommt teilweise aus einem Meter Höhe 200 Schaden mein Freund Napopansch den ich auch wieder in der Videobeschreibung verlinken werde und den hier auch gerne mal abonnieren können und vorbeischauen können auf seinem Kanal Blumen Blumen Digga Blumen deswegen mag ich die Siliska auch nicht Blumen einfach Blumen kein Blumen Blumen na wie gesagt denen ist das auch mal passiert der springt aus 10 Meter Höhe und er bekommt 200 Schaden oh den kippt hier nicht den kippt hier nicht die 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 der die 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 Oh mein Gott! Hä? Was ist mit dem gerade passiert? Ja, moin. Und tschüss. Er sagt nur noch das Game. Und? Bro, er hätte ihn, glaube ich, so hart snapen können. Oh! Mein Gott! Schaut mir mal, ob ihr einen von diesen Lucky Trick Shots auch machtet. Also ich bis jetzt noch einen... Oh, dieser Bug! Dieser Fallenbug! Den habe ich hier noch nie ausprobiert. Oh mein Gott! Schuss! 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 Oh mein Gott! Oh mein! Ehre genommen! Ehre genommen! Okay. Okay. Jetzt gleich kann er nicht mehr bauen. Oder... Jetzt baut er hoch. Ich bin nicht mehr. Boah! Schaut mal rein, ob die eigentlich Knock-offs hat. Also Glühwein agentin. Ich habe sie. Er kommt jetzt hoch und ist stirbt. Ja. Ist immer so. Und man kann irgendwie durch den Bogen kommen. Wie findet ihr eigentlich den neuen Granatenwerfer? Der ist ja heute rausgekommen. Am 12.06. Granatenwerfer ist auch okay. Hat die eigentlich... Wie fand die Disco-Dominanz früher? Die Disco-Dominanz war drin, wo die Piraten-Skins drin waren? Oh, in dem Modus hatte ich das auch schon. Macht das Lama auch, wenn man stirbt. Und bye. Bye-bye. Warum... Aber... Okay. Er hätte einfach bauen können. Er hat voll für ihr Materialien gehabt. Und bye-bye. Oh. Und bye. Ich bin tot. Der Trapp hat mich, der Trapp hat mich. Ich habe nicht tot, aber der Trapp hat mich. Nein! Ja, wie so eine Katze, die so... Ja, 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 ja. Meine Katze, die hat das auch immer gemacht. Ja, 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 ja. Meine andere hatte manchmal die dollen fünf Minuten. Ja, wie lange möchtest du es denn noch versuchen? Ja, reicht. Ja, reicht. Und jetzt, bam, halt so. Oh, schade. Oh mein Gott. So ein ekliges Blumen. Schon wieder. Junge, was für ein Blumen hat der? Ey, machen die, wer schießt am meisten daneben? Das finde ich irgendwie ist schon ein bisschen fake. Weil der steht einfach nur, schießt die ganze Zeit so und du kannst ihn so gut treffen und schießt extra so ein bisschen daneben. Aber trotzdem komisch, was er macht. Oh. Und ich möchte auch schon sagen, das war's mit diesem Video. Lasst eine Bewertung da innerhalb von einem Like. Bei, sagen wir mal, drei Likes. Ja, machen wir mal drei Likes. Kommt eine nächste Reaction. Und, äh, lass auch gerne ein Abo da und mach die Glocke aktiv. Bei den, äh, 40 Abonnenten kommen ein Abo-Special. Und bei den 50 Abonnenten kommt ein Abo-Zocken. Denn, und, ich mach sozusagen wie, dann kann man so, äh, Abo-Zocken. Nur für, äh, Leute, ihr müsst abonniert haben. Äh, dazu müsst ihr dann auch noch ein Like auf diesem Video gegeben haben. Und in den Kommentaren schreiben, Like, Abo und Handshack Glocke aktiv. Ich hab. Und dann auch noch ein nettes Kommentar währenddessen dabei schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr dann, äh, äh, wähle ich zwei Namen aus. Je nachdem, wie viele, äh, da geschrieben haben. Wenn drei Stück mir ein Kommentar geschrieben haben, wähle ich, äh, zwei Namen aus. Schreibt ihr jeweils auf den Zettel und lose sie aus. Und die haben dann Glück, äh, äh, schreibt auch einen Epic-Namen. Und wenn ihr einen PS4 habt, PS4-Namen, könnt auch beides dazu. Äh, und dann, äh, lose ich euch aus. Dann könnt ihr mir, äh, äh, nehme ich eure Epic-Anfrage an oder sende ich euch. Und ihr nehmt sie an. Dann könnt ihr mit mir zocken und so. Könnt auch mal Maps zocken. Könnt im Stream drin dabei sein. Könnt, äh, Werbung für euren Kanal, Instagram, da machen. Und das war es auch schon mit den Informationen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch Spaß mit meinem End-Intro. Und, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017